Hallo Fotofreunde, willkommen auf meinem Kanal. Es geht nun weiter mit dem dritten Teil meiner Bilder zu der Nordtour 2024. Dieses Mal Bilder von den Lofoten, wo wir uns mehrere Tage aufgehalten haben. Zum Schluss noch ein paar Eindrücke von den Nordlichtern. Fantastische Eindrücke. Wenn es euch gefällt, über einen Like oder einen netten Kommentar würde ich mich freuen. Euer Uli. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020